ja grüße ich habe noch mal bei den bei dem rohe schnellexpress ein bisschen am licht was gemacht das ist der wagen den er gestern gesehen hat mit dem 2 kilo um widerstand ich fand das licht ja schon ziemlich gut aber teilweise naja gut war es auch ein bisschen dunkel ich habe das heute mal geändert habe jetzt schon mal in zwei wagen den nur ein kilo um widerstand eingebaut und jetzt sieht das ganze eben so aus finde ich eigentlich auch noch ein bisschen besser ich zeige euch noch mal vorne den das ist jetzt ein kilo um widerstand und das ist dann mit dem 2 kilo um widerstand da sieht man schon dass da ein helligkeitsunterschied ist ich denke mal ich werde das so lassen mit dem 1 kilo um gefällt mir ein bisschen besser gut wollte ich gerade gezeigt haben das war es schon ja kleiner mina ist auch wieder inspiziert sich das an ja ich danke euch macht's gut